Ich dachte, es ist mir so okay wie gestern, Alter. Wo war denn das? Alter, es ist wie gestern. Er legt mich um! Wir könnten auch hier zur Old Station. Das dauert natürlich immer eine Weile. Ja, siehste, da zahre, also 35 Minuten nur noch auf Wurz. Die haben mir doch glatt 10 Minuten geklaut. Uns meine ich. Ja, das Sniperhügel ist glaube ich besser. Geines Kefs hier, ja. Ey, cool, du kannst sogar... Stimmt! Wie geil ist das denn? Aber pass auf, nicht dass das Bügeleisen ja die Wäsche... durchbrennt. Hm. Also früher gab es noch hier Skefs. Da sind die hier patrouilliert irgendwie. Oh, Skefs. Oh, Skefs. Ich dachte, es ist mir so okay wie gestern, Alter. Wo war denn das? Alter, es ist wie gestern. Er legt mich um! Oh! Hermannsbacher, herzlich willkommen! Grüß dich! Was? Oh! Sind doch wieder keine 40 Meter, Mann! Wo ist denn der? Dem ist doch gerade einer abgegangen. Oh, ah! Oh, jetzt habe ich mich wo mein eigenes Sohn erschrocken da draußen im Flur spazieren gegangen ist. Oh, Mann! Dieses Spiel raubt mir den letzten Nerv. Ich dachte, da kommt einer. Im Real Life um die Ecke. Oh! Alter, wo ist denn der? Es ging doch gerade... Als hätte er... den geilsten Abgang seines Lebens gehabt. Bis auf, gleich steht er wieder direkt vor mir. So. Das ist um die Verkackern, sag ich mal. Das ist eine kleine Sau. Aber er kommt dort. Ich habe mich gesehen. Wo sind wir jetzt hin? Und da läuft er. Das sind noch keine 40 Meter. Das waren niemals 40 Meter, Mann. Die geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Alter. Er war direkt vor mir. Was ist da los, Junge? Ich habe ihn nicht gehört. Nur gut, dass er weggelaufen ist. Er hätte schießen sollen. Er schießt. Er schießt. Das waren aber auch keine. Oh, ich habe keine Munition. Ja. Gibt es, gibt es, gibt es. Aber weißt du, ich habe den Entfernungsmesser auf den Skeff gehalten, aber hat er mir den Schädel weggeschossen. Den kannst manche auch an die Waffe dran montieren. Aber so weit sind die Preußen noch nicht fortgeschrieben. Ich glaube, ich habe noch nicht geguckt, aber ich glaube, ich kann den noch nicht kaufen. Wie bist denn du? Er läuft weg. Okay, das waren 40 Meter. Als gäbe es keine anderen Gegner auf der Map. Wo ist denn der? Im Lager oder was? Ja, der ist im Lager. Ey, wir müssen eigentlich auch auf die Zeit achten. Gucken wir nochmal zu unserem Berg. Da ist der von hier hinten bis darüber gelaufen, der Trottel. Und damit müssen wir hier hン. Das sind sehr le87-Achslung. Book, Book, bisschen. Book, Book! 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 Book, Book. Book! Book! Book, Book, Book! Book, Book, Book! Jetzt läuft er weg. Hallo, schießt er mit Bomben oder was? Ich glaube die Entfernung war gar nicht mal so schlecht. Ich hätte ihn bloß erschießen müssen. Man sieht ihn nicht mal. Schießt und verpisst sich wieder. Ist das die Möglichkeit? Ja, frage ich mich auch, Dr. Evil. Lauf, lauf 40 Meter weg. Jetzt ist er dann den Berg runter gerannt. Mal gucken, ob wir überhaupt irgendwas getroffen haben. Ja, zwei fehlen noch. Hier geht fast die Munition aus. Ja, der verarscht mich richtig, der Idiot. Die wissen, dass ich... Das ist jetzt wieder zu nah. Die machen ernst? Positionswechsel, Männer. Positionswechsel ist angesagt. Wo seid ihr? Was ist denn jetzt? Mann, ich will die Quest jetzt abhaken. Noch zwei Idioten. Das muss da drin sein. Ich bin zu blöd, es gäbe es auch 40 Männer zu erschießen. Was ist denn? Was ist denn mit ihm jetzt hier? Oh, da warte. Mann! Och, Menschenskind. Der hat einen Treffer gekriegt, daraus nicht umgefallen. Mann! Und Doesned... Das Sch pega! Schicksal! Schicksal! Egal! Schicksal! Das ist ja so gut. Das ist ja so gut. Hier ist er. Siehst du das? Doch, jetzt. Ach, am Checkpoint. Ich Idiot, hätte ich auch nochmal. Ist das denn die Möglichkeit? Ich gehe ja noch drauf. Ich habe nur noch 10 Schuss. Nein, die Knarre hat eine Ladehemmung. Oh nein, ist das sinnlos. Alter, ich kotze bald im Strahl, Junge. Ritchie Morgen. Zeit, die Uhr tickt. Die Uhr kondimiert den Popo runter. Oh nein, hier, guckt euch das an. Es fehlt 0,7 Meter. War the Urm, die Uhr kondimiert den nights advance. $5,25 Die Uhr kondimiert den Preis.